Ja, vielen Dank. Wer ist denn schon seit Anfang der Tagung da? Mit Hopfer. Wir gehen in die elfte Stunde. Also ich bin erst seit fünf Stunden da. Ich muss mich schon im Vorhinein entschuldigen. Ich werde jetzt hier nicht die riesen geheimen Einblicke in das Innenleben des Bundestags liefern können. Kann ja Hermann Otter noch nachholen. Ich werde auch nicht singen und nicht tanzen. Also es ist jetzt schon nochmal, ich beschreibe eigentlich die Blockade, die wir dann auflösen wollen und bestimmt auch auflösen werden. Nochmal ein bisschen genauer anhand der Daten unserer Studie, die im Wesentlichen so zwischen 2014 und 2016 sich realisiert in verschiedenen Phasen. Das zeige ich nochmal gleich genauer. Und ich versuche diese Daten oder Überlegungen so zu präsentieren, dass sie vielleicht einfach ein paar Vermutungen plausibilisieren, warum diese seit mehr oder weniger 45 Jahren in mehreren Wellen herangeflutete und immer wieder abgeebte, in den letzten 15 Jahren ja aber relativ konstante Welle der Wachstumskritik es nicht schafft, über die Schwellen bestimmter Teile des Medienmainstreams, vor allem aber des politischen Systems zu schwappen und dort den Alltagsdiskurs zumindest kontrovers mit zu prägen. Diese Vermutungen können ja dann vielleicht auch in der Podiumsdiskussion die eine oder andere Rolle spielen. In aller Kürze ein Überblick über unser ISS-Projekt, Wars and Politics, auf dessen Ergebnisse ich mich hier stütze. Es lief als Teil des damaligen Programms Ökonomie und Kultur von 2013. Das Institute for Advanced Sustainability Studies, im Wesentlichen gegründet von Klaus Töpfer 2009-2010 und jetzt haben wir auch einen deutschen Namen, der nennt sich Institut für transformative Nachhaltigkeitsstudien. Wir machen sehr viel transdisziplinäre Arbeit, also das heißt in Prozessen, mit Prozessen. Das hier ist allerdings klassische Sozialforschung, also wir haben nicht mit, sondern über den Bundestag gearbeitet. Also die für den Vortrag wichtigen Veröffentlichungen sehen Sie auf dieser Folie. Dieser Artikel in Futures, den ich angegeben habe, der ist auch Open Access, also man hat viel Geld dafür bezahlt, dass Sie den auch gerne einfach lesen können, ohne ihn zu bezahlen. Und außerdem gibt es die Studie, die ich auch heute nochmal mitgebracht habe, die vielleicht einige von Ihnen kennen, in denen so ein bisschen die Ergebnisse zusammengefasst sind. Den letzten Anstrich habe ich hinzugefügt, obwohl der Artikel noch nicht ganz durch den Review ist. Ich hoffe, es ist kein schlechtes Ohm, wollte Ihnen aber den Hinweis geben, dass vieles, was ich hier wirklich nur antippe, da nochmal genauer zu lesen sein wird, hoffentlich. Auf die Studie komme ich gleich zu sprechen. Die Veranstalterinnen haben mich allerdings ausdrücklich gebeten, nicht nur zum Parlament, sondern eben auch zu den Medien ein paar Worte zu verlieren. Das tue ich gerne, auch wenn die eben nicht auf meine eigene Forschungsarbeit aufbauen, sondern auf die des Journalisten Ferdinand Knaus, der eigentlich bei der Wirtschaftswoche arbeitet, aber 2015, zehn Monate als Fellow bei uns zu Gast war und in dieser Zeit tausende Artikel aus Spiegel, Fatz und Zeit seit 1945 durchgesehen hat, der Arme, plus die fossische Zeitung aus den 20er Jahren. Ich empfehle Ihnen über meinen Ferdinand Knaus auch einen Blick in dieses Buch zu werfen, Werbeblock muss sein, auch wenn ich den Untertitel, das ist ja auch zu kaufen da hinten bei Ökom, wie der Wirtschaftsjournalismus zum Sprachrohr der Ökonomen wurde, den finde ich ein bisschen unglücklich, da er mir einen Tick zu verschwörungstheoretisch angehaucht und zu sehr nur auf eine Seite des Beziehungsdreiecks Wirtschaft, Medien, Politik abhebt. Gut, aber was Ferdinand Knaus da für die Vorgeschichte des Wachstumsparadigmas in den 20er Jahren beobachtet hat, möchte ich gerne erwähnen, weil es mir nicht trivial scheint. Weil da geht es erstmal gar nicht um eine primär ideologische Allianz zwischen bestimmten Ökonomen, zum Beispiel damals des Instituts für Konjunkturforschung, dem späteren DIW, mit den Wirtschaftsredakteuren, sondern eigentlich eher sowas wie eine verzweifelte Suche dieser damals sich noch Handelsjournalisten nennen müßenden Medienleute nach einem ganz eigenen, fest abgegrenzten Gegenstand der Berichterstattung. Worüber soll man eigentlich schreiben als Wirtschaftsjournalist? Also nach dem, was die nationale Wirtschaftsleistung oder wie man damals sagte, das Volkseinkommen eigentlich beschreibt. Und da fanden sie dann in diesem Institut für Konjunkturforschung einen Verbündeten in der Advocacy für die entsprechenden Kennziffern und auch in dem Beginn der Arbeit an der Vereinheitlichung dieser Kennziffern zu etwas, was dann, Sie kennen die Geschichte vermutlich, über eine Allianz des Staates mit Ökonomen, vor allem in den Vereinigten Staaten des New Deal und des Zweiten Weltkriegs das Brutonationalprodukt werden sollte. Im von den USA und internationalen Organisationen wie der OECD-Vorläuferorganisation OEC geprägten westdeutschen Diskurs der 50er Jahre, zu deren internationalen Einfluss hat Matthias Schmelzer vieles herausgefunden, was ich hier nicht wiederhole, das kennen sicher viele von Ihnen auch, wurde dann diese Zahl, also das Bruttosozialprodukt, ohne die ja die Fixierung auf das Wirtschaftswachstum in dieser bestimmten etatistisch-ökonomistischen Form nicht möglich gewesen wäre. Von diesen Wirtschaftsjournalisten, teilweise dieselben, die da in den 20er Jahren nach der Zahl gerufen hatten, die wurde einfach umstandslos übernommen und denn sie wussten nun, worüber sie berichten und woran sie die Maßstäbe zur Beurteilung der Wirtschaft gewinnen konnten. Das ganze Buch versucht die Pointe zu machen, dass man Wirtschaft vielleicht auch anders beschreiben kann und viel mehr zum Geschichtenerzählen über konkrete Wirtschaftsprozesse und tatsächlich auch die Verteilung von Gewinnen und Verlusten in diesen Wirtschaftsprozessen kommen muss. Also das ist sozusagen das, was in dem Buch auf den Journalismus hingeschrieben ist. Aber dadurch beschreibt diese Studie in meiner Lesart, also dieses Buch von Ferdinand Knaus, erstmal vor allem eine Art Komplexität, ich bin Soziologe, tut mir leid, eine komplexitätsreduzierende epistemische Allianz zwischen beobachtenden Instanzen, der Statistik und dem Journalismus und dass dieses epistemische Dispositiv der Produktivitätsmessung sich dann sozusagen wahlverwandtschaftlich innig mit der kapitalistischen Expansionslogik verbannt und da diese nach dem Zweiten Weltkrieg ja für den westlichen Raum auch höchst erfolgreich war und durch Umverteilung und andere Faktoren auch nicht mehr zu jenen akuten Verwerfungen führte wie im 19. Jahrhundert, konnte dann das Wachstumsparadigma zur Ideologie oder wie ich später noch begründeter sagen werde, zum Dogma werden. Was ich an den Analysen des Buches über die 50er und 60er Jahre in der es für besonders hervorhebenswert halte, ist folgendes. Die materiale Erfahrung des 50er-Syndroms, also billiges Öl, wachsender Welthandel, enorm gesteigerte Arbeitsproduktivität etc., im zerstörten Deutschland als Wirtschaftswunder apostrophiert, setzte sich trotz stillschweigend akzeptierter BIP-Messungen nicht umstandslos in ein Wachstumsparadigma um. Zu diesem gehört ja neben dem Glauben an die Adäquatheit der statistischen Maßgröße und der von uns zu Recht bescholtenen Prämisse einer unendlichen Machbarkeit von Wachstum vor allem auch die Auffassung, dass Wachstum löse die drängendsten gesellschaftlichen Probleme und das sei natürlich Verantwortung des Staates. Eine Deutung der sozialen Marktwirtschaft, die sich dann verfestigte und im auch hier heute schon erwähnten Stabilitäts- und Wachstumsgesetz der 60er Jahre dann offizielle Gestalt annahm. Aber das Bemerkenswerte an den 50er Jahren, um noch einmal darauf zurückzukommen, ist, dass zunächst trotz Wirtschaftswunder in den Medien, vor allem Spiegel und Zeit, durchaus noch viele Stimmen unter anderem aus den Gewerkschaften und der SPD reflektiert wurden, die einen höheren Anteil, vor allem der Arbeiterschaft, am neuen Sozialprodukt forderten, neben anderen weitergehenden Faktoren wie Mitbestimmung und Beteiligung an Betriebsgewinnen. Es war vor allem die 1949 gegründete FAZ, die gegen diesen Klassenkampf und durchaus auch mit Blick auf den Kalten Krieg zum sozialen Frieden trommelte, das habe ich jetzt bewusst so paradox formuliert, nämlich durch Wachstum. Interessanterweise betrifft das vor allem den Wirtschaftsteil, während sich im Feuilleton auch kulturkritische Stimmengehör verschafften, die zum Beispiel vor prudem Materialismus in der Gesellschaft warnten. Auch das ist heute nicht wesentlich anders, diese Arbeitsteilung zwischen Wirtschaftsteil und Feuilleton. Eine Parallele zur, ja genau, das habe ich schon gesagt, also der Happiness-Index und solche Geschichten sind ja dann eher in den schöngeistigen Teilen der Zeitung vorhanden. Also das hat Ferdinand auch ein bisschen hier zum Thema. Erich Welter, der damalige, also in den 50er Jahren, Wirtschaftsressortleiter der FAZ, übrigens schon in der späten Weimarer Republik einer von denjenigen, die nach einer seriösen Messung des Volkseinkommens gerufen hatten, hat sich in diesem Zusammenhang besonders deutlich geäußert. Eines von den vielen Zitaten, die Sie in diesem schönen Buch finden, habe ich Ihnen hier an die Wand geworfen. Ich gebe Ihnen einen Moment, das zu lesen, ich lese es nicht nochmal vor. Viele weitere solcher Zitate, ob ihrer polemischen Zuspitzung höchst lesenswert, finden Sie im entsprechenden Kapitel des Buches. Also an dem finde ich interessant, dass Wachstum damals in der massenmedial geführten Debatte als eine bestimmte politische Strategie artikuliert wurde, nicht als selbstverständlicher Zug der Zeit. Und dass in derselben Zeit auch durchaus noch fraglich war, wie sehr sich Wirtschaftspolitik an den Ergebnissen einer im Gefolge von Samuelson und anderen durchmathematisierenden Ökonomen, also an so einer Wirtschaftswissenschaft zu orientieren habe, ohne nicht vielmehr an gesellschaftlich agonistischeren Varianten und auch an Wiederkorporatismus überhaupt auszugestalten sei. Mir scheint, dass in dem, was dann später einsetzt, viel später, also nach der erfolgreichen Abwehr der Ökonomen und der Wirtschaftsjournalisten gegen die Zweifel des Club of Rome in den 70er Jahren, was Ferdinand Knaus die lange Gegenwart des Wachstumsparadigmas nennt, oder was man diskurstheoretisch vielleicht noch besser als ein sich verhärtendes Dispositiv oder salopp, schauen wir auf die schiere Massivität dieses Dispositivs hier am Beispiel der FAZ, als eine anschwellende Litanei bezeichnen könnte, die erneut von einigen Feuilletons abgesehen ungestört geblieben ist. Von all den zukunftsfähigen Deutschlands und Club of Rome 30-Year-Editions und einer ebenfalls aber viel zaghafter anschwellenden zivilgesellschaftlich-akademischen Degrowth-Diskussion. Mir scheint also, dass die kritikabweisende Dogmatik, dass dieser Litanei genau jener einstmals bewusste Absetzung des Wachstums von anderen Optionen fehlt, speziell von einer verstärkten Umverteilung, so wie Sie die in dem Welter-Zitat gesehen haben. Umgekehrt fehlt eine entsprechende Zuwendung oder Auseinandersetzung mit dieser Dimension der Umverteilung, auch bei vielen nicht hier auf der Tagung natürlich, sehr schön, aber doch bei vielen, wenn nicht den meisten Degrowth-Befürwortern meiner Beobachtung nach. Das kann man meines Erachtens zum Beispiel an dem Design und auch den Ergebnissen der Eversberg-Schmelzer-Umfrage unter den Teilnehmern der Leipziger Degrowth-Konferenz von 2014 ablesen. Es gab in dieser Umfrage eigentlich nur zwei Items, die hier diskutierte Dimensionen der Ungleichheit ansprachen. Das eine ist das letzte auf der Folie. Der braune Pfeil zeigt es Ihnen an. Das ist natürlich auch eine schwierige Dichotomie zwischen Klimawandel und Ungleichheit, die hier aufgemacht wird. Sie können das alle lesen, oder? Nein? Nein, Sie können es nicht lesen. Climate change is the more pressing problem for the future of mankind than social inequality. Das sollten die armen Teilnehmer nun beobachten auf einer Lickert-Skala von 1 bis 5. Und da hat sich dann auch ein Drittel aller sich nicht enthaltenden der indifferenten Mittelposition 3 angenommen. Und im Schnitt der gültigen Antworten kommt, wie Sie sehen, eine Ablehnung heraus, aber angesichts der Formulierung des Items, also aber auch keine besonders stark ausgeprägte. Und angesichts der Formulierung des Items kann aus diesem Befund vielleicht auch wenig Konkretes herausgelesen werden. Und die Autoren haben es auch nicht gemacht. Das ist ein bisschen verunglückt. Das zeigt schon, dass das sozusagen irgendwie so ein Attempt war, ein Versuch, das irgendwie zu fassen, aber nicht sehr erfolgreich. Das interessantere Statement ist das, was ich grau-blau markiert habe. Zudem hat sich jeweils ziemlich genau ein Drittel der Befragten ablehnend, zustimmend oder indifferent positioniert. Wenn Sie es positiver sehen wollen, waren die vielleicht hin- und hergerissen. Also die Mittelposition, Indifferenz oder hin- und hergerissen. Das Statement gehört zu den am wenigsten Konsensualen der gesamten Umfrage. Und selbst für den einzigen, der von den Autoren in ihrer Clusteranalyse ermittelten Degrowth-Typen, dieser Konferenzteilnehmer, die Sie mit einigem Abstand die sogenannte modernistisch-rationalistische Linke nennen, bei denen gab es nämlich die Einzigen, bei denen es eine Mehrheit für die Bejahung dieses Statements gab. Ich lese es nochmal vor. A shrinking economy will definitely lead to harsher conflicts about the distribution of wealth in society. Und auch die Mehrheit selbst war hochdünn in diesem 51%. All das scheint mir zu bestätigen, dass es hier ein beträchtliches Fremdeln mit dem Thema Umverteilung gibt, was aber, so meine These, dieses Thema historisch mit an der Wurzel der politischen Wachstumsoptionen liegt. Die Autoren Schmelzer und Eversberg haben übrigens später nochmal formuliert in einem Artikel für die Zeitschrift Interfaces, die vielleicht auch für unsere Debatte hier diese Zeitschrift nicht unwichtig ist, man sollte da vielleicht auch mehr veröffentlichen, dass positiv auf diese Frage antwortende Menschen, also auf diese Frage, dass es stärkere Umverteilungskonflikte geben wird, in einer Randzone, zitiere, in einer Randzone des Degrowth-Spektrums zu verorten sein, weil sie Idealen des Ökomodernismus und Green Growth zuneigten. Also die Sohn Fremdeln mit dem Motiv der Umverteilung ist umso bemerkenswerter, als sie ja parallel im letzten Jahrzehnt die Inequality-Debatten in Deutschland und vor allem auch global neuen Aufwind bekommen haben. Ich bin auch sehr froh gewesen, dass heute jemand bei von Oxfam da war. Aber haben sie sich mit der Wachstumskritik, mit den Erwägungen über planetare Grenzen, fragwürdige Korrelationen des Wachstums mit Lebenszufriedenheit oder sogar mit den Zweifeln an einer ökonomischen Machbarkeit fortwährenden Wachstums, Stichwort säkulare Stagnation, heute schon von Birgit Mahnkopf genannt, konstruktiv verbunden? Soweit ich sehe, nein. Selbst wenn Degrowth-Anwälte durch ihrerseits der Wachstumskritik eher fernstehende Ungleichheitsforscher direkt an dieser Stelle herausgefordert, wie Jason Hickel, jüngst durch Branko Milanovic, sich zu der starken und meines Erachtens richtigen Formulierung durchringen, dass, Zitat, Degrowth-Umverteilung verlangt, um Wachstum unnötig zu machen, dann stützen Sie diesen konzeptuellen Ansatz nur durch andere konzeptuelle, sehr allgemeine Illustrationen wie die verstärkte Bereitstellung öffentlicher Güter vermutlich durch einen institutionell nicht weiter differenzierten Staat, welche den Verlust an BIP pro Kopf dann weniger schmerzlich mache und rufen so tendenziell den Eindruck eines im Grunde kaum konflikthaften Übergangs hervor, bei dem Sozialstaatsmodelle wie das Erhardsche, welches Erich Welter verfocht, nur irgendwie ausgebaut, statt institutionell neu ausgehandelt werden müssten. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt, den ich auch für den Bundestag zu machen habe, dass solange das Thema gar nicht konflikthaft im Sinne von verschiedenen sozialpolitischen Optionen diskutiert wird, es gar nicht diskutiert werden kann, aber da komme ich jetzt langsam drauf zurück. Und damit auch ein bisschen zu meiner Kernkompetenz als Soziologe, ich habe ja hier eifrig historisch spekuliert. Also in unserer Bundestagsstudie, deren Gesamtdesign hier nochmal zu sehen ist, hatten wir ursprünglich einfach schauen wollen, was die Enquete-Kommission der 17. Legislaturperiode in der 18. denn für Spuren hinterlassen hatte, zum Beispiel in argumentativen Differenzierungen, aber auch möglichen Verbindungen zwischen Fraktionen, Fachpolitiken und so weiter. Die Funktion der Analyse von Bundestagsdokumenten, die Sie da links oben sehen, also Plenarprotokollen, Ausschussempfehlungen, Fraktionsanträgen und so weiter, hatten wir uns als Teil der Methodentriangulation eigentlich so vorgestellt, dass die dort enthaltenen Argumente zu Wachstum uns besser verstehen, helfen würden, worauf die Parlamentarier sich in ihren Leitfadeninterviews beziehen und wonach wir ihre Mitarbeiter, die wir hier zunächst als eine Art Proxy, der durch repräsentative Umfragen nur schwer erreichbaren MDBs verstanden, dann thesenhaft befragen können. Die heftige oder deftige Überraschung war, dass das, was die MDBs selbst über Wachstum äußerten, zigmal differenzierter war als alles, was wir in offiziellen Äußerungen finden konnten. In den Äußerungen der Parlamentarier selbst gab es nämlich von rhetorisch sehr versierter Verteidigung klassischer Wachstumspolitik gegen durchaus wahrgenommene Kritiken an der Wünschbarkeit oder Machbarkeit solcher Politik, über diverse der üblichen Konditionierungen von Wachstum, zum Beispiel in Form von Green Growth oder Inclusive Growth, bis hin zu ausgeprägter Wachstumsskepsis und Degrowth-Sympathien, so ziemlich alle Zwischentöne, die man sich vorstellen kann. In der, also klar, jetzt kann man sagen, wir haben da irgendwie dieses Sample von den Leitfahnder-Interviews, da gibt es irgendwie einen Bias und mit uns haben mehr Leute gesprochen, die tendenziell und so, aber da will ich jetzt nicht so in die Tiefe gehen, wir haben eigentlich alles getan, um dem vorzubeugen schon in der Formulierung der Anfrage und so, also das ist jetzt vielleicht für Sie nicht so interessant, also der Bias dürfte nicht so groß sein, wir hatten ja auch ein großes Spektrum drin. Genau, in der vorhin hochgezeigten Broschüre habe ich da nochmal so eine Typologie, der entsprechenden Einstellungskluster vorgeschlagen, für welche außer der Inhaltlichkeit der wachstumsbezogenen Argumente auch die Intensität eine Rolle spielte, in der sie reflektiert wurden. Das ist hier an der Stelle jetzt im Detail nicht so wichtig, vielleicht kann ich in der Diskussion nochmal darauf zurückkommen, aber sofern man die Einstellung der Büromitarbeiterinnen als Proxy einmal heranzieht, kann man gewisse Aussagen, die in diesen vier Fällen von oben nach unten gelesen, exemplarisch für ein erstens klassisches undifferenziertes Wachstumsparadigma, zweitens für ein Green Growth Diskurs, eine gewisse Nullwachstumsneigung oder Degrowth Neigung und ein Inclusive Growth Komplex stehen können. Also Sie sehen, dass da die erwartbaren Unterschiede zwischen den Parteien auftreten, zum Beispiel höhere Zustimmung der Linken zu Inclusive Growth oder der Grünen zu Green Growth. Gezeigten Unterschiede sind alle hochsignifikant. Übrigens sind die viel, viel, viel stärker als die zwischen den Fachpolitiken. Also bei den Fachpolitiken gab es nur zwei wesentliche Effekte, das eine war die Zugehörigkeit zum Wirtschaftsausschuss, also jetzt bei den Mitarbeitern, die Mitarbeiter als Proxy der Abgeordneten, die hatten eine höhere Zustimmung zu Green Growth, signifikant. Und ansonsten gab es eine signifikante, achso, das habe ich jetzt nicht mitgebracht, es gab einen signifikanten Unterschied bei der Zustimmung zu Wachstumsverzicht. Und zwar natürlich raten Sie, wer hat mehr zugestimmt, die Umweltpolitiker und wer hat geringer zugestimmt, das ist vielleicht noch wichtiger, Arbeit und Soziales. Also interessant ist an sich, abgesehen von diesen Unterschieden, die nicht so sehr überraschen, ist die zwar mehrheitliche, aber nicht überwältigend komfortable Zustimmung zum Wachstumsberatung war über alle Parteien hinweg. Wir hatten hier eine vierstufige Skala vorgegeben, auf der sich 40% aller Befragten so positionierten, dass sie der Aussage, wenn die Wirtschaft wächst, dann geht es uns allen besser, eher nicht oder gar nicht zustimmen. Noch bemerkenswerter ist, dass auch unter den Wachstumsbefürwortern viele der Meinung waren, man brauche eine offene gesellschaftliche Debatte zum Thema, leider weichen übrigens diese Zahlen, habe ich gesehen, hier ein bisschen ab von der in der Studie, aber nicht wesentlich, also die Aussage bleibt bestehen, ich muss nochmal prüfen, wer die richtigen Daten hat. Also insgesamt waren circa drei Viertel aller MdB-Mitarbeiter hier prinzipiell diskussionsbereit. Diskussionen über politische Konzepte nun, und hier komme ich vielleicht zum zentralen Punkt, sind entweder zweckrational zu führen, als Erörterung der Angemessenheit von Mitteln zur Erreichung gegebener Ziele, oder aber wertrational als Diskussion dieser Ziele selbst. Nicht zu Unrecht ist oft gesagt worden, dass das Managementideal des Neoliberalismus und die damit einhergehende Technokratie solche in einem anspruchsvollen Sinne wertrationalen Erörterungen verhindert und damit das Politische gewissermaßen abgewirkt haben, ist ein hyperbolischer Wiedereintritt in unsere Gesellschaften durch die Tür, die man wenig instruktiv Populismus genannt hat, beschäftigt uns spätestens seit der Legislaturperiode, aus der die hier präsentierten Daten stammen. Mir ist bewusst, dass es in politischen Belangen nicht ungefährlich ist, das Denken der deutschen Romantik heranzuziehen, aber trotzdem möchte ich kurz an den mittlerweile 230 Jahre alten Ausspruch des Novales erinnern, dass der Grund aller Verkehrtheit in Gesinnungen und Meinungen die Verwechslung des Zwecks mit dem Mittel sei. Auf das Wirtschaftswachstum bezogen, dessen Status als spezifisches politisches Mittel in den 50er Jahren ich versucht habe plausibel zu machen, hat die Enquete-Kommission der 17. Legislaturperiode, die sich ja auf sehr wenig wirklich einigen konnte, doch zumindest intuitiv sehr richtig auch außerhalb der Minderheiten wurden, versucht klar auszusprechen, dass Wirtschaftswachstum entweder ein Nebeneffekt, das waren die etwas radikaleren Leute, oder aber eben zumindest ein anderen Zwecken untergeordnetes Mittel von Politiken sein müsse, niemals ein Selbstzweck. Durch eine solche, also warum ich sage intuitiv, weil durch eine solche Positionierung in der Mittelposition ist eine alltagsnahen, politikalltagsnahen, zweckrationalen, zweckrationalen Diskussion niedrigschwellig vermutlich anders verfügbar gemacht wird, als wenn wir uns damit als einem Selbstzweck herumschlagen. Rhetorisch. Wachstum kann natürlich auch, ich gebe Ihnen jetzt Beispiele, Wachstum kann natürlich auch im selben Atemzug als Zweck und als Mittel gesetzt werden, so wie in diesem Beispiel, das nicht aus unserer Studie stammt, aber auch aus einem, auch in vielen anderen rhetorischen Hinsichten, interessanten Interview mit dem geschäftsführenden Chef des Bundeskanzleramts. Abgesehen davon, dass er hier auf die unter der rot-grünen Bundesregierung in Mode gekommene, also seit ca. 15 Jahren, 15, 20 Jahren in Mode gekommene, scheinqualifizierende Lehrformel nachhaltiges Wachstum anspielt, ordnet er, auf Green Growth Diskurse anspielend, diesen den Umweltschutz als Mittel zu und affirmiert es dadurch. Wenn man natürlich sagt, Wachstum braucht diese ökologischen Investitionen oder Rahmenbedingungen, dann hat man Wachstum so quasi schon unter der Hand als Zweck mitgesetzt. Im nächsten Satz bringt ein Argument, warum es Wachstum als Mittel braucht. Und Sie werden vielleicht ein Gefühl dafür haben, wenn Sie dieses lesen, dass es durch die schiere Grammatik der Konstruktion einfacher ist oder sich stärker anbietet, an den zweiten Satz diskutierend anzuschließen als an den ersten. Noch deutlicher wird dies möglicherweise an diesen beiden Zitaten aus dem Korpus unserer Studie. Im ersten werden Energiewende und bestimmte damit verbundene Investitionen dadurch gerechtfertigt, dass sie dem Wachstum dienen. Und dabei werden Sie quasi nebenbei, außerhalb des eigentlichen Themas, wird also quasi nebenbei, dass die Wachstum als Zielidee mitgeschleift. Und dagegen merken Sie am zweiten Zitat, wo Wachstum klassisch als Mittel zu anderen Zwecken beschrieben wird, sofort, dass es dadurch sofort auch thematisch, also reflexiv verfügbar erscheint. Formulierungen, in denen eine solche Verfügbarkeit nicht zu spüren ist, weisen argumentatives Pro und Contra zur Sinnhaftigkeit von Wachstum strukturell ab. Und damit sind sie, wie wir es im besten Sinne der jüngst ringerigeren philosophischen Tradition genannt haben, im Wesentlichen dogmatisch. Wenn wir solche auf Zweckmittelrelationen abstellenden Sinneinheiten in unserer Analyse von 120 Bundestagsdokumenten aufrechnen, also es handelt sich um ca. 1100 solcher Codings, alles klar, ich bin im, bin alles gut. Also Inhaltsanalyse, das interessiert Sie wahrscheinlich nicht, die technischen Teils, kommen wir auf ein Ergebnis, das der strategischen Empfehlung der Enquete-Mitglieder diametral widerspricht. Denn nur 86 dieser Einheiten weisen Wachstum als Mittel zur Erreichung anderer Ziele aus. Also das sind hier die Prozentzahlen, 8%. Also oft sind solche Ziele, denen das dann untergeordnet wird, der vorerwähnte stabile Haushalt und das die berühmte Beschäftigung. Aber die überwältigende Mehrheit affirmiert den Selbstzweck, auch unter anderem in der Nebenordnung mit Beschäftigung, also Wachstum und Beschäftigung, in dem ja das eine gar nicht dem anderen irgendwie übergeordnet ist. Können Sie noch etwas auf welchen Dokumenten? Das sind 120 strategisch von uns ausgewählte Bundestagsdokumente der 18. Legislaturperiode, das ist, also wie die zusammen, der Sample, das können Sie auch hier drin nachlesen, das ist. Genau, also überwältigend Selbstzweck. Genuin wachstumsreflektierende, also es konditionierende, qualifizierende oder gar radikal verneinende Positionen sind insgesamt noch viel rarer. Also das können Sie hier an den beiden unteren Balken erkennen, obwohl mit den Qualifizierungen Green Growth und so, das hat schon eine gewisse Prominenz, aber also kann mit dem Selbstzweck überhaupt nicht konkurrieren. Und das heißt, Wachstum wird auch nicht, also das nochmal mit dem Verteidigen, also bei den, bei den MDBs hatten wir so eine Typologie gebildet, die dies verteidigen und dies hinnehmen zum Beispiel, die ist aktive, also es ist keine aktive Verteidigung. Ferdinand Knaus hat zum Beispiel in den Medien beobachtet, hat er gesagt, so in den letzten 20 Jahren oder 30 Jahren gibt es irgendwie drei Narrative, die das Wachstum stützen. Das ist irgendwie das Innovationsnarrativ, was sagt, ist mit den Grenzen ja alles nicht so schlimm, wir schieben die hinaus technologisch, da hat der Green Growth Diskurs ja Teil daran. Das Standortnarrativ, wir müssen mit anderen und sonst gehen wir unter und das dritte ist das Einwanderer Narrativ, das lasse ich jetzt mal beiseite. Und er meinte so, das Standortnarrativ, also in der Medienbeobachtung würde eigentlich abnehmen, das haben wir hier full force gefunden, aber niemals eigentlich, also als eine Art, auch das als eine Art Setzung, also das Standortdiskurs, die Wettbewerbsfähigkeit, das hängt hoch, aber das wird auch nicht mehr aktiv zur Verteidigung von irgendeiner Wachstumskritik, die man sowieso, die sowieso nicht vorkommt, muss man auch nicht abwehren. Und das eigentlich zur Wachstumsverteidigung am, jetzt sagen wir mal, konzeptuell am besten geeignete Narrativ, das Innovationsnarrativ und Innovationen sind im Bundestagsdiskurs sehr, sehr, sehr beliebt. Das wird überhaupt niemals eingesetzt. Also das entzeigen Sie, dass es, sagen wir mal, man hat es gar nicht nötig, Wachstum zu verteidigen. Der Diskurs ist überwältigend dogmatisch, Wachstum wird übrigens nicht so sehr durch die schiere Masse, sondern mehr durch immer wieder an rhetorisch prominenten Stellen, Redeauftakten, Kapitelschlüsse und so weiter, also ornamentale Wendungen in verschiedenen fachpolitischen Diskussionen mitbespielt, wie eine alte, ehrwürdige, ich will das Wort Letanei. Unterschiede zwischen den Parteien konnten wir dabei in den einzelnen Dokumententypen zwar feststellen, in etwa in den Anträgen der Fraktionen, wo man dies ja ganz gut unterscheiden kann. Prominent ist zum Beispiel natürlich der Antrag der Grünen, zum Jahreswohlstandsbericht, der dann abgeschmettert wurde. Allgemein laufen diese Unterschiede jedoch nicht auf eine Beheimatung von Wachstumsskepsis oder der Suche nach Alternativen im Sinne der vorhin anhand der Mitarbeiterbefragung angedeuteten Einstellungsunterschiede hinaus, sondern vor allem die Unterschiede sieht man so, dass es eine Konzentration der Erwähnung von Wachstum überhaupt in Dokumenten der Bundesregierung gibt und nicht so sehr der Opposition. Wir haben den Diskurs daher also nicht nur als dogmatisch, sondern auch als ornamental, Entschuldigung, als guvernamental bezeichnet, wobei also im Sinne eines von der Regierung geprägten Stils, das kann jetzt ein bisschen trivial erscheinen, ist es aber nicht, denn daran zeigt sich ja kein politisches Mehrheitsverhältnis oder Armdrücken, also kein Ringen um die Hegemonie, also kein Reinhard Überhorst hat das in seiner Kritik der Enquete-Kommission so formuliert, da seien nur die Arena der positionellen Politik beziehungsweise der gesellschaftlichen Kontroverse reproduziert worden, also nichts dergleichen findet mal hier statt, sondern es ist genau ein struktureller, stillschweigender Ausschluss jeder Kontroverse, der hier ins Auge springt, und zwar der Ausschluss auch der zwischen den Parlamentariern und ihren Büros existierenden Meinungsvielfalt. Der Diskurs ist nicht sozusagen, also es ist all das und dazu ist er sozusagen noch stumpf. Er ist stumpf gegenüber den Einstellungen derer, die ihn tragen. Wir haben sogar einzelne Fälle beobachtet, wo einzelne MdBs, die in unseren Interviews sich als zumindest wachstumsskeptisch zeigten, in offiziellen Plenarreden die gleichen dogmatischen Selbstzweckwendungen reproduzierten wie alle anderen auch. Diese überwältigend stumpfe Dogmatik, und damit komme ich zum Ende, ist schwerlich durch prozedurale Faktoren wie Fraktionskohäsion, wir haben auch geguckt, gibt es einen Unterschied zwischen direkt gewählten und Listen-MdBs, das sind ja so die üblichen Sachen, die man in der Parlamentarierforschung sich anguckt, ist alles ergebnislos geblieben. Also es ist nicht durch Fraktionskohäsion befriedigend zu erklären, durch Dominanz von Ministerialexpertisen innerhalb des Bundestags oder die Arbeitsteilung und Engführung auf Ebene der Fraktionsarbeitskreise beziehungsweise der Arbeitsgruppen. Ebenso wenig erscheint es mir hinreichend, hier auf Makrofaktoren wie die bekannten Fahrtabhängigkeiten in den Sozialsystemen zu verweisen, die das Artikulieren von Zweifeln und das Suchen von Alternativen aus der Sicht eines sich profilieren wollenden Politikers als wenig aussichtsreich erscheinen lassen. All diese Faktoren spielen sicherlich eine Rolle, aber die Exteriorität und eigentümlich blutleere Dogmatik des Diskurses im Bundestag, die wir in einer Legislaturperiode nach einer kontroversen Enquete vorgefunden haben, scheint mir darauf hinzudeuten, dass es hier eine strategische Selektivität vorliegt, die nicht im Bewusstsein der einzelnen Diskursteilnehmer verortet ist. Ein politisch unbewusstes, aber verdankt sich in der Regel, und hier folge ich dem großen Literatur- und Kulturwissenschaftler Frederick Jameson, dem Verdrängtswerden einer historischen Konstellation, die zur Entstehung des Diskurses mit beigetragen hat. Und ich hatte ja im ersten Teil meines Vortrags entwickelt, um welche Konstellation es sich dabei meiner Meinung nach handeln könnte. Umverteilungsfragen behaupten zwar einen prominenten Platz im parlamentarischen Diskurs, das Wort zu einer Verteilung und diese ganzen Sachen, das taucht in allen möglichen fachpolitischen Sachen immer wieder auf, aber wirklich fast nie von zwei Ausnahmen in der gesamten Legislaturperiode abgesehen, wird das Wachstumsparadigma zu Ihnen in irgendeine Beziehung gesetzt. Solange sich dies nicht ändert, dürfte auch das Dogma schwerlich Kratzer bekommen. Ja, ich hätte sicherlich noch Konstruktiveres sagen können, aber können wir ja vielleicht auch in der Podiumsdiskussion auf etwas Konstruktives zusammenkommen. Als Soziologe war ich ja eher als Beobachter des kommunikativen Status Quo gefragt und deshalb danke ich Ihnen für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. Applaus 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 Applaus